Ich bin Simo Drögen. Ich bin Leonie, 19 Jahre alt und mache ein IHFD in Ecuador bei Pande Vida. Pande Vida ist eine Hilfsorganisation, die sich hier mit Herz um die bedürftigen Menschen in Ecuador kümmert. Ich feiere eigentlich am meisten an Pande Vida die Herzenswertung. Ich habe mich unglaublich auf die Zeit gefreut, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Schule am Schluss. Es hat sich so gezogen und ich war einfach offen für alles. Dann kennt man eigentlich nur so den Schulalltag, aber eigentlich nicht vom Arbeiten oder wie die Welt ausschaut, weiß man eigentlich nicht viel. Und jetzt bin ich da hergekommen und jetzt habe ich eigentlich so viel kennenlernen dürfen. Neue Leute, neue Kultur mal in einem Arbeitsumfeld sehen. Ich kann sehr simple Aufgaben machen, ihnen hochfägen und beim Putzen helfen, aber ich kann auch Videos schneiden oder bei Kerbesitz mithelfen. Ich liebe es, dass ich jeden Tag neue Geschichten hören kann von Leuten, die so krasse Dinge durchmachen, wie Gott sie da durchträgt, dass sie weiterhin so krass auf Gott vertrauen können. Davon kann man so viel lernen. Also die größte Herausforderung war eindeutig die Sprache für mich, weil jetzt bin ich in einem internationalen Team, Spanisch kenne ich auch nicht und dann habe ich auch mit Deutsch zu tun und dann verstehe ich mich nicht, wenn ich in meiner Muttersprache bin. Da habe ich mich ziemlich einsam teilweise gefühlt und ziemlich missverstanden. Ja, also wenn du aus Deutschland bist, mach dir keine Sorgen. Aus Österreicher weiß ich nicht. Und wen lebt ihr im Freiwilligsterben Ausland und leistet Sachen? So eine Möglichkeit wird es einfach nicht mehr in meinem Leben geben. Vielleicht in fünf Jahren habe ich mal eine Freundin oder ich weiß nicht, wo sie es habe und dann habe ich Verpflichtungen und es in so einer Zeit wird nicht mehr kommen, wo ich so frei bin und jetzt eine geniale Möglichkeit. Ja, für wen wäre ein IOTFD nicht eine nice Sache? Das ist, glaube ich, eher die Frage. Du bist begeistert von Jesus und hast auch vom Herzen seine Liebe weiterzugeben? Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob vielleicht ein Einsatz in der Mission für dich dran ist? Die meisten unserer Mitarbeiter weltweit sind für längere Zeit in ihrem Einsatzland aktiv. Langzeit, das heißt für uns bei der DMG, Zeit zu haben, um eine Sprache zu lernen, in die Kultur einzutauchen, Teil der Gemeinschaft vor Ort zu werden. Denn dann kann man auch Gottes Liebe effektiv weitergeben und seine Botschaft weitertragen, Menschen ermutigen und eine nachhaltige Arbeit aufbauen. Ja, für uns war das so, dass wir den Eindruck hatten irgendwie, dass Gott was vorhat mit unserem Leben und dass er uns einsetzen will im Ausland. Inzwischen sind wir seit sechseinhalb Jahren in Albanien, in Tirana, der Hauptstadt. Aber am Anfang wussten wir gar nicht, wie soll das funktionieren und wie kann das ablaufen. Da haben wir uns innerlich auf den Weg gemacht. Genau. Und als nächstes habe ich mich dann einfach mal an den Computer gesetzt und im Internet geschaut, was gibt es eigentlich für Missionsorganisationen und welche Organisation würde zu uns passen. Und genau, das war so der erste Schritt eigentlich in diese Richtung. Und so sind wir auf die DMG gestoßen. Tatsächlich findest du viele unserer Informationen online, schau doch mal rein. Aber natürlich sind wir gerne auch persönlich für dich da. So war das im Prinzip bei uns auch. Wir haben dann ein persönliches Beratungsgespräch bei der DMG gehabt, bei dem wir unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Fragen stellen konnten. Und uns wurden auch verschiedene Einsatzländer gezeigt und wo eben auch unsere Professionen und unsere Talente gut eingesetzt werden konnten. Das Gespräch war so gut für uns, dass wir in dem Gespräch Feuer gefangen haben und dachten, jetzt kann es irgendwie losgehen. Wir arbeiten weltweit mit rund 100 Partnerwerken zusammen und kennen auch deren offene Stellen in den verschiedenen Arbeitsbereichen. Uns ist ganz wichtig, dass du da zum Einsatz kommst, wo Gott dich haben will und in einer Aufgabe, die zu dir passt. Wir konnten dann eine Erkundungsreise machen in ein mögliches Einsatzland. In unserem Fall war das Albanien und dort haben wir uns angeschaut, wie das Team arbeitet, haben gesprochen mit den Leuten vor Ort. Und das hat uns so gefallen, dass wir, als wir nach Hause gefahren sind, gedacht haben, jetzt sollten wir eigentlich bleiben. Übrigens haben wir uns dann auch noch bei anderen Missionenbergen umgesehen, einfach um zu sehen, okay, was gibt es alles für Möglichkeiten. Da hat uns die DMG auch unterstützt, hat gesagt, ja, macht das ruhig, damit ihr wirklich den Platz findet, an dem ihr richtig seid. Zweimal im Jahr bieten wir auf dem Buchenauer Hof ein Info-Wochenende an. Komm vorbei, besuch uns hier, lass uns gemeinsam für deine Zukunft beten und ins Gespräch kommen mit Missionaren, mit Mitarbeitern, aber auch mit den anderen Interessenten. Wir haben uns dann für die DMG als Partner entschieden und haben uns ganz offiziell beworben, mit Bewerbungsgesprächen, mit Formularen, mit Dokumenten, mit Empfehlungen, die Leute uns ausgesprochen haben. Und letztlich sind wir genommen worden. Das hat uns natürlich sehr gefreut und konnten dann in eine achtwöchige Vorbereitungszeit starten mit anderen Neustattern. Das war eine ermutigende und gute Zeit, weil wir viel theologisch Neues gelernt haben, auch über fremde Kulturen, über Kulturschock, all das, was sozusagen relevant ist, wenn man dann im Ausland tätig ist. Teil dieser Zeit ist auch, dass wir angepackt haben am Buchenauer Hof, einfach an Haus und Hof, was hier eben so anfiel. Und das Wichtigste für uns ist, dass wir dadurch die Mitarbeiter hier gut kennenlernen konnten. Die Heimatzentrale der Buchenauer Hof ist so eine Heimat für uns geworden, an die wir auch immer wieder zurückkehren können, wenn wir in Deutschland sind. Nach der zweimonatigen Vorbereitungszeit sind die neuen Missionare dann unterwegs in Gemeinden und bei ihren Freunden, um von ihrer neuen Arbeit zu berichten. Uns ist wichtig, mit diesen Gemeinden eng zusammenzuarbeiten, denn nicht die DMG sendet Missionare aus, sondern die Gemeinde. Sie beten auch für sie, stehen hinter ihnen, unterstützen sie, auch finanziell, denn die ganze Arbeit wird durch freiwillige Spenden getragen. Ja, und dann waren wir eine ganze Zeit lang unterwegs, haben verschiedene Gemeinden besucht und Freunde von unseren Wünschen und Träumen da in Albanien erzählt und haben einfach festgestellt, dass Gott uns ganz viele Leute zur Seite gestellt hat, die unsere Vision irgendwie mittragen, für uns beten und uns begleiten. Und nachdem wurden wir dann von unserer persönlichen Gemeinde ausgesendet, die uns in diesen sieben Jahren immer begleitet hat und wir eigentlich bisher sagen können, Gott war immer treu, die Gemeinde war immer treu und bisher hat es uns an nichts gefehlt. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir fühlen uns von der DMG sehr gut begleitet. Unsere Personalleiter nehmen alle unsere Fragen und Schwierigkeiten auf und begleiten uns geduldig darin. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir ausreisen konnten und da wurden wir ganz in Ruhe und geduldig begleitet. Das Team hier vor Ort nimmt uns ganz viele Aufgaben ab, damit wir uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren können und betet auch wirklich für uns jeden Tag, für die Mitarbeiter weltweit. Die Botschaft von Jesus soll auf der ganzen Welt Menschen erreichen. Dafür setzen wir uns ein mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Dein Beruf und deine Begabung sind auch Chancen und Dinge, die du einsetzen kannst, um dich einzubringen. Komm auf uns zu. Wir freuen uns, wenn du dich an Gottes weltweiter Arbeit beteiligen willst, damit Menschen Gott begegnen. Ich bin der Schöne, die viele Menschen auf dem Weg zu. Ich bin der Wind, die wir uns abhängig. Wir freuen uns, wenn sie nicht haben. Ich bin der Wind. Ich bin der Wind. Wir freuen uns, wenn die Wind. Die Wind ist in die Wind. Ich bin der Wind. Das war's. 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 Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. lost. Das war's. Das war's. Das war's. vielleicht. das war's. 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 gut. du bist. 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 oh Gott. oh Gott, du hast. du hast. du bist. du bist. du bist. du bist. du bist. du bist. bist. du 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 bist. Amen, 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 amen. du bist. 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 aus und auch von Hilfe, die ankommt, ins Ausland senden und zwar für ungefähr ein Jahr und die haben sich ein kleines bisschen was ausgedacht. Ich glaube, die stehen schon in den Startlöchern. Also ich darf die Shorties auf die Bühne bitten und die zeigen euch, wie man ganz offiziell ein ganz lebendiger Fisch sein kann. Ist das alles? Ist das alles? Die Frage habe ich mir gestellt, als ich im letzten Jahr auf mein Leben geschaut habe. Lauheit, Fruchtlosigkeit. Und was mir persönlich am meisten wehgetan hat, war, dass ich gemerkt habe, da war eine Gleichgültigkeit da gegenüber dem Gott, der mich aus der Finsternis gerissen hat und mir all meine Sünden vergeben hat. Und bei all dem bin ich in der großen Masse mitgeschwommen, die mir gesagt hat, es ist okay. Es ist nicht so schlimm. Wir erfahren Gott auch nicht so. Wenn man mal keinen Bock hat auf Bibel zu lesen, das ist ganz normal und regelmäßig beten, nicht so schlimm. Aber ich habe mein Leben verglichen mit den Biografien von Missionaren, von großen Glaubensvorbildern wie Hudson Taylor, C.H. Spurgeon und so weiter. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein. Und deswegen habe ich angefangen, Gott zu suchen. Und zwar so richtig. Ich war schon bekehrt zum Zeitpunkt. Ich hatte ewiges Leben, aber ich habe mein Leben nicht so geführt. Ich habe angefangen, Gott zu suchen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe zu Gott gebetet und gesagt, Herr, du weißt, ich bin traurig über meinen Zustand, über das, wie es ist, über das, wie unsere Beziehung ist. Und ich kann selbst nichts daran ändern. Ich habe es drei Jahre lang versucht, selbst was zu ändern und es hat nicht funktioniert. Aber du kannst. Das glaube ich. Und ich habe dann angefangen, Bibel zu lesen, mir mehr Zeit mal zu nehmen zum Lesen und so weiter. Habe mit Menschen über Jesus geredet. Habe Gott in den Alltag mit hineingenommen. Ihnen gefragt, Herr, wo soll ich sitzen? Mit wem soll ich reden? Über was? Bitte hilf mir bei dieser und jener Aufgabe oder von dir zu reden. Und ich durfte erleben, das war noch nicht alles. Tatsächlich, es war noch nicht alles. Plötzlich habe ich erlebt, wie Gott wirkt. Ich habe Gebetserhörungen erlebt. Ich habe erlebt, wie er mich führt. Die Beziehung ist besser geworden zu Gott. Ich habe gesehen, wie Jesus die Herzen von Menschen nimmt und bewegt. Und ich durfte in der Bibel Wahrheiten entdecken, die mich wirklich ergriffen haben. Und das Schöne daran ist, ich kann immer noch sagen, das ist noch nicht alles. Weil es geht noch weiter. Tag für Tag darf ich Neues mit Jesus erleben. Wenn ich ihm nur gehorsam bin und auf das reagiere, was er sagt. Und es wird eine immer tiefere Beziehung. Und das Lied, was wir jetzt gemeinsam singen wollen, kennen die meisten vielleicht nur aus der Kinderstunde. Aber die Message, die da drin steckt, ist für dich relevant, ob du ein Kind bist, ein Jugendlicher, ein Erwachsener oder einer von den Missionaren. Und wir Shorties gehen jetzt im nächsten Jahr ein Jahr in ein anderes Land, um dort Erfahrungen mit Jesus zu machen, mit Gott und ihm zu dienen. Und eine Sache wollen wir dabei auf keinen Fall. Und das ist mit der großen Masse gehen. Nein, wir wollen an Jesus festhalten. Unserem Herrn, unserem Felsen, unserem Weinstock. Und wir wollen mit seiner Kraft gegen den Strom schwimmen. Darum singen wir jetzt gemeinsam, sei ein lebendiger Fisch. Also wir singen jetzt, sei ein lebendiger Fisch. Und ihr könnt alle dazu aufstehen, weil wir haben ziemlich senkrechte Bewegungen dazu. Zwei, drei, vier. Hey, ey, ey. Alle mitmachen! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Das habt ihr richtig, richtig cool gemacht. Also, ich war vor einem Jahr tatsächlich auch Shorty und stand genau hier oben und habe gerade zu meiner Kollegin gesagt, warum haben wir gesungen? Alter, wir waren ja so unkreativ im Vergleich zu euch. Es war richtig, richtig cool. Und ich habe hier neben mir die Tirza. Du darfst dich gleich mal ein bisschen vorstellen. Tirza war auch in dieser ganzen Masse dabei. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Und sie hat ein richtig cooles Zeugnis für uns. Du darfst gerne ganz kurz einmal sagen, wie du heißt, Tirza, okay. Wo du vielleicht hingehst und dann einfach dein Zeugnis raushauen. Genau, ich bin Tirza mir, bin 20 Jahre alt und ich gehe nach Westfrankreich. Genau. Ich habe ein kleines Zeugnis für euch von meinem Leben. Und zwar bin ich in Kamerun aufgewachsen. Meine Eltern waren dort Missionare. Und da habe ich sieben Jahre in meiner Kindheit verbracht. Und somit habe ich dort auch, ja, meine Prägung bekommen. Genau, da sieht man Bilder von meiner Familie. Genau. Aber mit elf Jahren, da war ein ziemlicher Cut in meinem Leben. Weil wir aus Sicherheitsgründen mussten wir da fluchtartig verlassen, Kamerun. Und wir durften uns auch nicht von Freunden oder so verabschieden. Und wir haben auch Bewachung vom Staat bekommen. Und genau, das war dann ein Herausreisen aus Vertrauten, Heimat und Freunden. Und da ist in mir drin so ein bisschen was zerbrochen. Und für mich war der Flug dann nach Deutschland so ein Flug ins Ungewisse. Genau, und da habe ich mich dann so gefragt, wo ist meine Sicherheit und Geborgenheit. Und ein Jahr später habe ich dann auch noch erfahren, dass von meiner besten Freundin die Schwester auch noch gestorben ist. Und das war einfach sehr schwierig für mich. Und das hat dafür, ja, geführt, dass ich einfach, das hat mir sehr schwer gefallen in Deutschland. Ein Vers hat mich, also zwei Jahre bevor das passiert ist, habe ich mich bekehrt. Und genau, mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Und was mir dann eben in den Jahren übelst geholfen hat, war der Psalm 91, Vers 9, wo steht, beim Herrn bin ich geborgen, ja, bei Gott dem Höchsten hast du Heimat gefunden. Und mir wurden verschiedene, also mir war klar, dass die Bibelferse die Wahrheit sind und dass ich mich darauf verlassen kann. Und da habe ich einfach ganz, das nochmal richtig praktisch erleben dürfen, was das genau heißt. Und ich habe, ja, oft habe ich gebetet und einfach meinen Schmerz zu Gott gebracht. Und habe da einfach übelste Geborgenheit erfahren und wie er mich getröstet hat und wieder zur Ruhe gebracht hat. Und, genau, mit, nach ein paar Jahren bin ich dann ausgezogen, also ein bisschen später jetzt. Und da ist aber dann nochmal so ein totaler Verarbeitungsprozess in Gang gekommen, wo ich, ja, einfach alles aufgeschrieben habe, was mir so schwerfällt, weil ich bin eigentlich immer noch nicht wirklich, hat sehr lange gebraucht und ich war noch nicht wirklich richtig angekommen. Ich konnte nicht wirklich so ankommen hier. Und da habe ich unter anderem auch reingeschrieben, dass ich mir wünschen würde, dass ich so nochmal zurückfliegen könnte und nochmal mein zweites Bein zurückholen könnte. Aber ich habe mich dann ziemlich viel in den beiden Jahren, wo ich 17 und 18, 19 so war, so einen Prozess, wo mir Gott auch Leute zur Seite gestellt hat, die einfach genau in die richtige Situation reingesprochen haben, mich ermutigt haben. Und ich habe in den beiden Jahren gelernt, loszulassen und auf Gott zu vertrauen und einfach alles, was mir bisher so Sicherheit gegeben hat, oder, ja, ist halt vergangen. Und ich habe, genau, da wurde mir der Vers in Hebräer 1 sehr wichtig. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst, und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Und, ja, Gott ist einfach derselbe, er bleibt gleich. Und auch wenn vieles sich verändert, wenn man wechselt, umzieht, und wenn alles Gewohnte so man verlässt, ist Gott derselbe. Und das hat mir übelst Sicherheit gegeben. Und, genau, und als ich das so verarbeitet habe, und dann Frieden damit geschlossen habe, und quasi, ja, das, wo ich so krampfhaft festgehalten habe, von meiner Vergangenheit, da kam dann so eine E-Mail von meiner Freundin, ich weiß nicht mehr genau, also auf jeden Fall habe ich eine amerikanische Freundin, und die war auch ein bisschen anders in Kamerun, und die hat mir dann eine Mail geschrieben und hat gemeint, ja, ich gehe jetzt in Schatt, das ist direkt neben Kamerun, und hat gemeint, ob ich da vielleicht Urlaub hätte. Und quasi, nachdem ich das gelernt habe, so an dem, was ich so krampfhaft festgehalten habe, loszulassen und Gott zu vertrauen, wo es auch immer mit mir hingeht, kam die Nachricht halt, und es hat tatsächlich geklappt, dass ich dann nach Kamerun geflogen bin, also in Schatt letzten Sommer, wo ich, ja, Gott, das einfach richtig cool geführt hat, dass ich da die Gelegenheit hatte, auch mit meiner einheimischen Freundin nochmal zu reden, und ich bin ein bisschen, ich mag es, epische Momente zu haben, und das fand ich sehr cool von Gott, weil ich bin im letzten, also ich habe mir so vorgestellt, dass ich so dann wegfliegen könnte, und wie so einen Abschluss vom Kapitel hatte, aber wir sind um zwei Uhr nachts dann von dort wieder weggeflogen, und da habe ich mir gedacht, okay, dann halt nicht. Aber wir waren dann um zwei Uhr nachts halt da am Flughafen, und der Flug hatte dann einfach ein, zwei, drei bis vier Stunden dann Verspätung, und dann sind wir genau im Morgengrauen weggeflogen mit dem Sonnenaufgang, und das war übelst schön normal. Genau. Und Gott hat mir das Geschenk gegeben, und mich auch so innerlich einfach geheilt, und ich bin jetzt auch wieder so einfach fröhlich und kann weitergehen, und ja, jetzt fängt ein neues Kapitel an. Hey, richtig, richtig cool. Danke, dass du so mutig warst, dein Zeugnis zu teilen, und ich finde, das passt auch richtig gut wieder zu unserem Thema Lost and Found. Gott wird uns finden, egal wo wir hingehen, egal in welchem Land wir sind, Gott findet uns. Und ich danke dir einfach, und ich wünsche dir einen ganz, ganz gesegneten Einsatz. Danke. Im Gefangenenlager. Alles Pechschwarz da drin. Wie ich hier reingekommen bin, sorry, bin halt ein Versager, ist mein eigenes Verschulden. Man kann halt nicht alles dulden. Gott kann halt nicht alles dulden. Wäre ja unfair, wenn es täte. So sitze ich in meinem Krater, mache Theater ohne Ende, habe zwei Stricke um die Hände, und ich starre gegen Wände, die mich von allen Seiten umschließen. Das war's, so geht das den ganzen Tag. Schon seit Wochen, ja seit Jahren sitze ich hier und bin am Warten. Warten auf was? Ich meine, träum nicht so groß. Das hier ist aussichtslos. Ich bin unzufrieden und gelangweilt und verzweifelt und gestresst vom Alles-und-Nichts-Tun. Warum? Um ehrlich zu sein. Ich habe die Strafe selbst bestellt, habe gemacht, was mir gefällt, denn Gehorsam unterhält mich nicht, so dachte ich. Jetzt sitze ich hier unten, bin seelisch zerschunden, meine Wunden unverbunden, ganz allein. Blutendes Herz, stechender Schmerz von oben bis unten. Aber stopp. Das war früher. Jesus, du hast mich gefunden, hast die Mauer überwunden, hast dich voll und ganz gegeben, ja für mich sogar zerschunden. Und das alles nur, damit ich wieder verbunden sein darf mit dem Vater, der mich da unten in meinem Loch sitzen sah. Jesus, du hast mich gefunden, mich dort unten gesehen, aber ließ mich dort nicht stehen, meine Klagen gehört und dich nicht dran gestört, mich gefunden, mich gerettet, 180 Grad gewendet. Du gingst weiter, bist mein Befreier, bist mein Heiler und mein Leiter, mein Berater im Theater, der auf jede meiner Fragen eine Antwort parat hat. Jesus, du hast mich gefunden, doch blieb ich nicht mit dir verbunden, weil ich dachte, mir sei da unten etwas Wichtiges verschwunden. Es geht immer hin und her. Du weißt, was mein Bestes wäre, doch ich trau mir selber mehr. Merke ich, dass ich es nicht kann, komme ich gerne bei dir an, aber nur, damit ich es dann wieder selbst probieren kann. Und ich bin dankbar für deine 70-mal-7-mal-Vergebung, will nicht wissen, wo ich stünde, wenn du nicht so gnädig wärst. Du bist ein guter Hirte und ich ein ziemlich dummes Schaf, weil ich oft vor lauter Rumrennen mein Gefangensein verschlaf, mein Gefundensein verschlaf. Jesus, du hast mich gefunden. Weiß nicht, ob ich das verstehe. Bitte öffne mir die Augen, dass ich es heute klarer sehe. Danke. 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 Das heißt, Friede auf euch. Und man antwortet mit Und so begrüßt man sich im Nahen Osten, wo ich und meine Frau mit fünf Kindern die letzten 31 Jahre verbracht haben, im Sinne von, in der Aufgabe von theologischer Ausbildung und Leidenschaftsausschulung durch die gesamte arabische Welt in einem dezentral-theologischen Programm. Auch daher stehe ich nicht von ungefähr in so einer Kleidung vor euch. Es geht darum, arabische Welt. Aber es geht heute Abend nicht um die arabische Welt, sondern um diese drei Begriffe. Lost, heute Nachmittag, heute Abend, found und morgen früh, loved. Warum man es auf Englisch macht, weiß ich auch nicht. Vielleicht damit wir besser verstehen. Aber wir haben heute Morgen, heute Nachmittag, beziehungsweise von Johannes über Lost gehört und einiges verstanden. Gerade bei diesem Minister, Finanzminister von Äthiopien, der auf der Suche war und durch Lesen des Wortes Gottes und mit der Hilfe von Philippus Christus gefunden hat. Er war lost. Er wurde gefunden. Aber heute möchte ich ganz, ganz bewusst diesen Brinnpunkt etwas umdrehen. Wir könnten darüber sprechen, wie herrlich es ist, von Gott gefunden worden zu sein. Was es bei uns auswirkt, dass wir lange vielleicht auf der Suche waren und dann endlich von ihm gefunden wurden. Aber ganz bewusst möchte ich euch einladen, heute Abend, den Brennpunkt umzudrehen, die Kamera umzudrehen und nicht auf uns zu schauen, sondern ganz bewusst auf Gott. Auf Gott. Nicht auf uns, die wir gefunden werden, sondern auf ihn, der uns findet. Und wie geht es ihm dabei? Es ist herrlich, wenn wir denken, Gott ist so bemüht, sich selbst uns mitzuteilen, dass er uns nachgeht und dass er uns finden will und wer uns gefunden hat, unaussprechliche Freude hat. Fangen wir gleich mit einem kurzen Lied an. Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Words blind But now I'm found Sehr schön gesungen. Sehr schön. Dankeschön. Es geht um Gott. Es geht nicht allein um uns. Er ist derjenige, der laut Matthäus 19 Matthäus 19 Matthäus 19 Matthäus 19 gesagt hat, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es war Gott, der die Initiative ergriffen hat. Es war Gott, der gesandt hat. Und senden auf Latein heißt mission und der Grundbegriff von mission ist senden. Wir sind Mission, wir sind in Missionsdienst, wir alle, weil wir einen missionarischen Gott haben, der liebt und der sendet. Und wir wollen uns etwas, diesen Gott vor Augen führen, heute Abend. Er ist gekommen, das Verlorene zu suchen. Und es ist ihm wichtig. Jesus hat mehrmals von diesem Finden gesprochen. Es war ein Hauptthema bei ihm. Und immer wieder hat er in Gleichnissen, in Geschichten erzählt, damit wir es begreifen. Hauptsächlich zwei Kapitel. Matthäus 13 und später Lukas 15. Darum eingreifen es in einem Satz allein, nur in einem Bibelfers. Warum? Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude, vor Freude darüber ging er hin und verkauft alles und kauft jenen Acker. Ihr habt vielleicht schon mal mehrmals von diesem Vers gehört, dass wir alles dran geben sollten, um das Reich Gottes irgendwie zu erkaufen, zu erwerben. Oder spricht nicht Jesus hier vielmehr von Gott. Gott, dass Gott derjenige ist, der diesen Schatz gefunden hat und den er so wertgeschätzt hat, dass er hinging und alles verkaufte, damit er vor lauter Freude diesen Schatz kauft. So hat Gott uns geliebt, dass er alles dran gab, sein wertvolles Jesus Christus, damit er uns für sich selbst kauft. Und wiederum wohlgemerkt, Freude, vor Freude, nicht Verbissenheit, nicht aus Zwang, nicht aus Pflicht heraus, sondern vor Freude ging er hin und hat alles dran gegeben. noch mal drei Gleichnisse in einem Kapitel, Lukas 15. Lukas 15, noch mal drei Gleichnisse, Schaf, Münze und Sohn. Lukas 15 lesen wir, Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Das haben wir heute Abend oder heute Nachmittag gesehen, alles dran gesetzt, um ein Schaf zu gewinnen. und in dem Augenblick waren nicht die 99 auf Schlafgeben, sondern das eine verlorene Schaf. Und dann nachher, da geht mein Schaf, und nachher, als er den Schaf entdeckt hat, hat er seine Freunde gerufen und gesagt, wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. er freut sich vom Herzen. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Was möchte ich betonen? Freude, Freude, die mitgeteilt wurde. Nun, spricht Jesus hier von uns als die Finder oder von Gott. Gott, der bereit ist, die 99 zu verlassen, um eine Schaf zu finden. Und dann freut sich und lädt seine Freunde an zur Freude. Vielleicht habt ihr gemerkt, Grundton von heute Abend ist Freude. Vom Herzen echte, bleibende, herausprießende Freude. Gleich nach diesem Gleichnis geht er auf noch einen Schaf um und sagt, ich sage euch, so wird auch Freude seinem Himmel über einen Sünder, der umkehrt, mehr als über die 99 Gerechte, die keine Umkehr brauchen. Freude im Himmel. Warum? Weil er uns so liebt und wir ihm so wichtig und wertvoll sind. Ein Gleichnis, Lukas 15, Schaf. Das nächste Gleichnis, Lukas 15, eine Frau oder welche Frau, die zehn Münzen hat, zündet nicht, wenn sie eine Münze verliert, ein Licht an und kehrt und sucht das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie es findet. Habt ihr schon etwas verloren? Uns hat einfach beschäftigt, vielleicht Tag und Nacht. Es wurde plötzlich sehr wichtig und man würde unbedingt diese eine Münze finden, andere Münzen hätten nicht gereicht. und dann, wenn sie es gefunden hat, freut sie sich vom Herzen. Wenn sie es gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarn zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Münze gefunden, die ich verloren habe. Freude, so sage ich auch euch. Ich sage euch, es ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Schaf verloren, gefunden, Ergebnis, Freude. Münze verloren, gefunden, Ergebnis, Freude. Freude bei Gott und im Herzen Gottes. Das nächste Gleichnis fasse ich ganz kurz zusammen, weil es ein Gleichnis vom verlorenen Sohn ist, wahrscheinlich Kind der meisten. Ich sage lieber nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn, es gibt verlorene Söhne noch und nöcher. Aber so einen barmherzigen Vater habe ich selten gesehen, der sich so auf seinen Sohn gefreut hat, nachdem er ihn praktisch für tot erklärt hat und das Erbe übernommen hat und vergeudet hat und kommt zurück und dann, wenn er den Sohn sieht, holt er ihn hin, zieht ihn einen neuen Rock an, neue Ringer für die Finger, freut sich vom Herzen, läuft ihm entgegen und sagt zurück und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, denn er war verloren und ist wieder gefunden worden und sie fingen an fröhlich zu sein, fröhlich zu sein heißt festfeiern, heißt laut singen, heißt tanzen, heißt vor Freude außer sich sein, so war die Freude vom Vater. Drei Gleitnisse von Jesus, Schaf, Münze, Sohn, alle drei enden mit Freude nicht dass das Schaf sich gefreut hat, noch die Münze, noch der Sohn, sondern die, die sie gefunden haben, der Hirte, die Frau, der Sohn, der barmherzige Vater, freuen sich vom Herzen, weil wir ihm so wichtig sind. Es ist mir ein Anliegen einfach zu verstehen, wie denkt Gott und ich staune immer wieder darüber, besonders gerade im Jesaja Buch, wie Gott verstanden werden will, wie er sich verständlich machen will, wie er mitteilen will, wie er denkt, wie er tickt, was ihm wichtig ist. Und da sagt er immer wieder, kommt, lasst uns miteinander rechten, schau, entscheidet euch selbst, was würdet ihr in dem Fall tun und so weiter. Mir ist diese Liebesgeschichte vom alttestländischen Mädchen Buch Hosea sehr wichtig. Hosea hatte eine Frau genommen, hat sie geliebt, hat ihr Gutes getan, schöne Kleidung, lieb, behandelt und so weiter. Die Frau aber ging fremd, lief jedem Liebhaber hinterher, unter jedem Baum ihr Geschäft geführt, alles drangegeben, was sie von dem Ehemann genommen hatten und einfach untreu an den Tagesordnung gestellt. Gott in diesem Bild ist der verletzte Ehemann, der Ehemann, der sein Wertvollstes verloren hat und dennoch geht er ihr nach. und wir lesen gerade in Kapitel 2 und ich will sie locken, sagt er, sagt der Prophet, ich will diese Frau locken in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend. Hier nicht nur Gericht, Gericht und Zorn, obwohl sie das verdient hätte, sondern er wirbt sich, er wirbt um sie, er geht ihr nach, er erklärt, wie viel er sie liebt und das ist für mich so ein Vorbild hier, gerade wie die Frau in der Wüste, dass Gott uns auch nachgeht, nicht nur, dass er sagt, wie du einmal Nein gesagt hast, nehme ich ernst und es ist vorbei, sondern er geht uns nach, er liebt uns so sehr, dass er nicht aufgibt. Als ich jetzt in Amerika mit ungefähr 19 Jahren an der Universität zum ersten Mal mit gläubigen Christen in Kontakt kam und Evangelium gehört habe, hat es mich irgendwie nicht losgelassen. Ich kam in einen Kampf herein, es ging um meine Freiheit, also ich bin doch frei, selbstständig, unabhängig, ich will mich doch keinem Herrn ausliefern, nachdem ich endlich frei bin. bin damals von der Westküste ja etwa 1972 von der Westküste durch die Südstaaten an die Ostküste getrampt, manches erlebt unterwegs, monatelang unterwegs und und soweit ich mich jetzt nach vielen Jahren zurücksinnen kann, merkwürdigerweise irgendwie jeden Tag beim Trampen wurde ich von einem gläubigen Christen mitgenommen. Nicht alle, aber immer wieder und das Allerschlimmste irgendwo in der Wüste hat mich ein Polizist mitgenommen. Damals haben wir gesagt Pig in Uniform und ich bin kaum in sein Auto eingestiegen, aber in der Wüste hat mich große Wahl. Eingestiegen, haben mit ihm über Christentum gestritten, ich hielt mich für einen überzeugten Atheisten und er war freundlich und nett und lieb und ging auf meine Fragen ein. Landete zum Schluss in den Südstaaten irgendwo im Gefängnis und in diesem Gefängnis war ein Gläubiger der den Kaffee und die Mahlzeiten ausgeteilt hat. Er hat die Nacht mit mir verbracht und auf meine Fragen eingegangen. Gott ging mir nach und wenn ich heute noch für so viele Menschen bete ob eigene Freunde eigene Geschwister eigene Kinder Muslime wie auch westliche Christen bete ich her geh ihnen einfach nach ich weiß nicht wie du es tun könntest ob durch gute Umstände durch tragödische Umstände was es immer braucht gib nicht auf sprich sie an genau wie hier diese Wüste diese Frauen der Wüste dem der Herr den der Hosea nachgeht und anspricht er will sie gewinnen er will zu ihrem Herzen sprechen er will wie ein junger Mann der auf Hochzeitreise geht der auf Brautsuche geht eine Frau finden und das schönste Bild der Mann der alles dran gibt um diese Frau für sich zu gewinnen ohne Zwang in aller Respekt ihrer Freiheit aber er erklärt sich selbst ihr dass sie ihn versteht er hört aufmerksam zu was sie denkt er nimmt Zeit er gibt sich Mühe er lässt sich was kosten er macht ihr den Hof wie man früher gesagt hat weil er sie liebt und ich weiß es ist sicher kein Thema an das ihr vielleicht denkt niemand denkt an heiraten kein junger Mann hier möchte eine junge Frau finden keine Frau möchte von dem jungen Mann gefunden werden ich weiß das ist überflüssig aber Gott geht uns so nach wie dieser Bräutigam der seine Braut sucht er sagt genauso all meine Freude wird in dir sein und ich gehe nach und so geht Gott uns auch nach er nennt sich nämlich Bräutigam in Jesaja so wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut so wird dein Gott sich an dir freuen wer möchte so ein Urteil über sein Leben hören nicht weil wir gut sind nicht weil wir es wert sind nicht weil wir es verdient haben sondern weil Gott uns so liebt wird er sich über uns freuen so freut sich auch Gott über jeden hier heute Abend der von ihm gefunden worden ist und falls das noch nicht der Fall ist setzt alles dran dich finden zu lassen suche ihn er sucht dich schon lange er sagt zum Schluss der Herr dein Gott ist in deiner Mitte ein Held der rettet er wird sich über dich freuen mit Wonne und er wird still sein in seiner Liebe er wird über dich jubelnd frohlocken wie viele Synonyme finden wir für Freude für frohlocken für Freude so ist die Liebe Gottes und das ist unsere Botschaft und unsere Mission besteht darin dass wir einem missionarischen Gott dienen der Menschen nachgeht der so liebt dass er gesandt hat du und ich Johannes 3 16 also hat Gott dich und mich geliebt dass er seinen Sohn sandte und opferte damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat nächsten Vers er ist nicht gekommen um die Welt zu richten sondern um die Welt zu retten und das ist die Liebe Gottes das wichtigste was Gott am Herzen hat ist die Errettung von verlorenen Menschen so singen wir noch einmal hier stehen wir dazu auf und singen wir mehrstimmig Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me I once was lost but now I found was blind but now I see beten wir noch zusammen danke unser Vater Gott dass du uns so unaufhörlich liebst dass du nicht aufgehört hast als wir manchmal abgelehnt haben nein gesagt haben danke dass du uns so liebst dass du nachgegangen bist dass du uns gesucht hast dass du Christus gesandt hast um das verlorene zu suchen und zu retten ich danke dass du noch dabei bist heute Menschen in unserer Mitte und in den fernen Ländern dieser Welt zu suchen und zu retten weil du sie so liebst und wir danken vom Herzen für die Freude die du selbst empfindest wenn du uns gefunden hast wir schämen uns davor und wir geben uns völlig dir hin Amen Eigentlich würden wir jetzt ein anderes Lied singen aber ich finde es passt so gut wenn wir noch einmal Gewagte Liebe singen was wir am Anfang dieser Session gesungen haben weil das eigentlich nochmal so zusammenfasst was wir gerade gehört haben und lass die Worte auf dich wirken sing gerne mit lass uns zu diesem Hirten suchen der uns gefunden hat der uns nachjagt der uns sucht und findet Amen. Wo ich immer sprach, sagst du Lieder über mich. Du warst schon immer gut zu mir. Du hast mich gefroren, mich in Wegen eingehaucht. Du warst schon immer gut zu mir. Oh, wie er bloß überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf. Lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich nicht verdient hab. Doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Ich war noch zeitfalls, doch du hast geknackt und liebst. Du warst schon immer gut zu mir. Ich war mir nichts wert, doch du hast geknackt und liebst. Du warst schon immer gut zu mir. Du warst schon immer gut zu mir. Ich weiß genau, dass ich nicht verdient hab. Ich weiß genau, dass ich nicht verdient hab. Doch du gehst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Ich weiß genau, dass ich nicht verdient hab. Du erläufst es alle Schatten, er glimst alle Berge, um mir nachzugehen Du erläufst es alle Schatten, er glimst alle Berge, um mir nachzugehen Du erläufst es alle Schatten, er glimst alle Berge, um mir nachzugehen Du erläufst es alle Schatten, er glimst alle Berge, um mir nachzugehen Du erläufst es alle Mauern, er glimst alle Lügen, um mir nachzugehen Oh, wie er bloß überwältigend gewartet ist, wie du liebst Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, dass 99 steht Ich weiß genau, dass ich mich verdient hab, doch du gehst es für mich hin Oh, wie endlos überwältigend gewartet ist, wie du liebst Oh, wie endlos überwältigend gewartet ist, wie du liebst Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen Ich weiß genau, dass ich mich verdient hab, doch du gehst es für mich hin Oh, wie endlos überwältigend gewartet ist, wie du liebst Es ist so schön mit euch Aber leider sind wir schon fast zu Ende mit unserem offiziellen Jumita für Samstag Das machen wir noch einmal, oder? 1, 2, 3 Geht gerne noch auf unsere Missionare zu, die ihr an den Ständen treffen könnt Und wenn euch jetzt besonders bewegt hat Wenn euch besonders bewegt hat, was wir jetzt gerade gehört haben im Input Was wir im Lied gesungen haben Geht auf unsere Mitarbeiter zu, geht auf unsere Missionare zu Wir beten gerne für euch, wir sind gerne für euch da Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt immer auf uns zukommen Habt da keine Scheu, wir sind für euch da Genau, und morgen gibt es dann schon um 8.30 Uhr Frühstück Ab 8.30 Uhr gibt es Frühstück Und es geht weiter mit Lobpreis um 10 Es gibt morgen auch die Möglichkeit für unsere kurzen Auslandseinsätze zu spenden Weil wer noch nicht hier war, morgen werden die ganzen Shorties ausgesandt offiziell Aber wenn ihr das heute schon machen wollt Und es euch richtig auf dem Herzen brennt, dafür Geld zu geben Dann gibt es eine Spendenbox an der Anmeldung dahinten Wo ihr alle schon mal heute reingekommen seid Genau, und dann könnt ihr euch schon mal das Datum für das Jumi 2024 vormerken Also das ist am 20. und 21. Juli 2024 Und weil die allermeisten von euch da sicherlich jetzt noch nichts vorhaben Könnt ihr das alle direkt in euren Kalender reinschreiben Und dann habt ihr da was vor Und dann könnt ihr da schon gar nichts mehr planen Genau Also wer hat vor nächstes Jahr zu kommen? Oh wow Okay, so ihr Lieben, ihr müsst jetzt noch nicht direkt ins Bett gehen Ihr müsst auch noch nicht Zähne putzen Es gibt nämlich noch die Gelegenheit beim Lagerfeuer am Grillplatz Zu chillen, euch auszutauschen Einfach noch den Abend ausklingen zu lassen Wir wünschen euch einen gesegneten Abend Auch für die Leute am Livestream Und wir sehen uns morgen wieder Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht K herzlich Gute Nacht But now I'm found Was blind But now I see T'was grace that taught my heart to fear And grace my fears relieved How precious did that grace appear The hour I first believed My chains are gone I've been set free My God, my Savior Has ransomed me And like a flood His mercy reigns Unending life Amazing Thanks for telling me Vielen Dank.